Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Far Cry 5, äh 4. Mein Name ist Gengi und herzlich Willkommen! Okay, größer. Vielleicht nochmal ein Hallen? Darf der noch nicht zu nahe kommen, oder? Da ist er. Oh Mann! Ja. Ja! Okay. Okay. Oh du Scheiße! Gleich mit dem Tiger! Nein! Tschüss! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Das sind nichts. Lauf, 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 lauf! Tick, 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 tick! Ah, nein, 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 nein. Hey, T-Shirt! Oh Gott! Oh Gott, das ist immerhin lang so zu viel! Das ist immerhin lang so zu viel! Oh Mann, wo verzückt der denn gerade? Oh Gott! Oh Gott! So, ist der Tiger? Da hin! Mit sie ganzen! mich aus ja 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 drich noch mehr auf ihn ein das haben wir geschafft ähm das ist nicht Humor, oder? das ist bestimmt nicht Humor das wäre zuhause ähm Patrick erfolgt freigeschaltet Amita Yuma ist tot das Ende der Dämonen von Durges keine Sorge AJ Hagan ist der nächste ernsthaft, die ist tot? bist du sicher? schade Foto können wir nicht machen neue und schlagkräftige Waffen ja, schön äh, wo geht's denn hier rost da? ach komm, die nehmen wir noch mit warum haben wir die ganze Zeit Amita gesehen? Sabal war da gar nicht bei was sie haben wir nicht eigenartig finde aber nun ja oh antwort ok ah hier Doktor Kröten Kave sieh mal an wo wir hier überall rumgelaufen sind ok äh, wo ist denn die nächste Mission für des Dingens? ach da goldener Pfad Mission ähm, ich würde aber sagen wir machen die diese Runde nochmal eine Longinus Version ähm Mission wir fahren jetzt einfach mal so mitten Mann ach du Scheiße zum Glück halten die Dinger soviel aus ich dachte ich könnte runtersteigen und ein Wingsuit öffnen nein, macht er nicht ich dachte ich könnte runtersteigen weee weee schieß auch keiner mit moin Jungs hm hm, schade den erwische ich nicht mehr gut gut nochmal ein Map ab zum Longinus wie weit ist er entfernt 20 Meter raus wo ist er wo ist er ja 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 Da mach schneller, Mensch. Ich werde nicht ausweiten. Oh. Nicht zuerst. Oh nein. Okay, gut, dass er Angst vor Feuer hat. Oh Mann, oh, ich wollte eigentlich das Bärchen noch plündern. Okay, während der Plünder-Animation gibt es, glaube ich, keine Scham. Das ist gut. Yay. Und wir können was hier herstellen. Wow, größerer Kröderbeutel. Toll. Da hat mir auch gefehlt. Zulichst hier? Oh, der Tiger. Warum nicht? Ein Adler. Was? Jupser, gut. Und dann gehen wir mal nach dem lieben Longinus rein. Gucken, was der noch mal wieder zu erzählen hat. Ich wäre bereit. Was? Und der Herr sprach, wen soll ich entsenden? Und du antwortest und sagst, hier bin ich, entsende mich. Deine Hinkabe erfreut mich sehr. Aber den Herrn erfreut sie noch mehr. Wir haben noch ein verlorenes Schaf. Finde es. Es finden, ihm folgen, die Diamanten holen und zu dir bringen. Mit der Macht aus dem Munde. Von Kindern lässt du den Feind verstummen. Und wirst Erecher. Welcher Psalm ist das? Das Wort Gottes kommt nicht immer in Form von Psalmen und Versen. Hm. Wo bist du hin? Ähm. Ein hoher Preis. Ähm. Ihr seht schon. Also, wenn ihr mich fragt, der Typ, der hat nicht nur mehr als eine Schraube locker. Aber das bin ja nur ich mit meinem bescheidenen Denken. Hui. Boah. Gut, dass die Dinger so stabil sind. Jo. Schweinchen. Boah. Boah. Äw. Bistet. Boah. äh, wie kommen wir denn da rauf? einmal hoch bitte oh, das Ding ist schon mal inzwischen oh Gott, steig ab, steig ab gut, äh, ein Schmuggler lehren sich das ich nicht entdecken, okay verfolge die Schmuggler nichts leichter als das es wird ja wohl einfach sein es wird ja wohl nicht Das war eine sehr schlaue Idee. Genau vor deren Türe zu landen. Okay, wir machen das wie immer. Wow, oh Gott. Erstmal Ausgut schaffen. Okay. 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 Irgendein Aussichtspunkt. Okay. Was haben wir denn da? Einen Dicken. Einen Sniper. Und das hat keiner mitgekriegt. Sehr g'schön. Und tschüss. Ja. Ist da noch einer drin? Oh. Sauber mit dem Korbsschuss. Ne? Da hingerafft. Oh. Ach. Da war ein. Halbes Fass. Gewollbeschlüssel. Muss ich da jetzt oben drauf oder wie? Da kommt mein Digger. Achso. Da unten geht's doch rein. Alles klar. Click, 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 click. Un petit Blu. Die Rebellen haben die Hälfte der Außenposte. Das ist inakzeptabel. Zum Glück haben wir genug Männer die den Rest des Landes schützen. Wum, wum. Ich dachte, ich könnte die leise ausschalten. Vorrücken! Ähm. Granaten schmeißen? Kann ich. Da ist er auch. Uh. Multi-Kill. Na geil. Fanden bin ich gut. Oh. Wer weiß. Das Ding kann ich bestimmt noch irgendwie gebrochen. Ich muss. Oh. Die Kiste. Sehr schön. Oh Gott. Warum hakelt das hier jetzt wieder? Mann. Abschiedelt sich so langsam. Die Festplatte, die ist neu. Relativ neu. Ja. 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 So, die haben wir auch. Ja, ja. Die ist schon fast tot. Macht so wenig Sinn, mein Freund. Tja. Lösung. Das ist das einzige, was die Leute oder diese Typen relativ sicher umbindet. So. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Gefährt. Okay, wenigstens, ow. Ach, das ist eins. Ach, das ist eins. Wow, wow, wow. Dass das Ding so ziemlich überall durchkommt. Und... Lagune der Tränen. Okay, cool. Das ist cool. Äh, Longy. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge widmen wir uns... Oh, wir haben eine einzigartige Waffe im Shop. Gehen wir hin. Ja, ich bin... Und wisst ihr was? Rabi-Ray-Rammer fühlt sich gut. Veränderungen gegen den Neloft, Leute. Veränderungen. Ich rede von so einer heftigen Barack-O-Baba-Veränderung. Und wisst ihr, wie die riecht? Oh, die Spannkartier-Rammer-Veränderung. Oh, die Spannkartier-Rammer-Veränderung. Speck. Echt jetzt? Ich glaube, da brät gerade jemand, Speck. Ey, Chosu! Was machst du? Bist du am Kochen? Brätst du uns zu den runter oder bist am Pupsen? Was machst du? Speckfahrten! Ah, 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 ah. Okay, Leute. Ich muss Schluss machen, denn der Wandel ist unaufhaltsam. Okay, liebe Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich mal einen traurigen Tag. Ciao, ciao, allgemein. Tschüss.